Das war natürlich ein kurzes Vergnügen, dafür umso heftiger. Kommen wir jetzt zum dritten Kampf des Abends, das ist auch wieder ein Amateurkampf um Wälzergewicht. Amateurkampf im Wälzergewicht, 3x3 Minuten, kommt Dominik Tietz aus Essen, Vivova aus Trier. Kommen wir jetzt zum dritten Kampf des Abends, das ist auch wieder ein bisschen. Vielen Dank. 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 ...